Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen Minecraft Vanilla. Das ist natürlich die hundertste Folge und ja auf meinem Schoß sitzt jemand der gerne mal Minecraft spielen möchte auf dem Computer. Und ich mach jetzt einfach erstmal die Facecam an. So, ihr seht es, meine Tochter übernimmt die komplette Führung jetzt für die hundertste Folge. Sie darf alles machen, was sie will, außer Sachen kaputt machen. Das darfst du nicht. Ansonsten schalte ich den Server gleich noch auf normal. Darko CO2 wissen Bescheid. Ich entmüde mich auch gleich im Discord. Und da wollen wir mal sehen, was meine Tochter so fabriziert in der Folge. Als erstes entstumm ich mich kurz. So, ich stelle jetzt den Server auf normal. Difficulti normal. So. Und dann Mäusel. Hier hast du erstmal eine Rüstung. Warte. Wo ist die? Ist immer noch dieses Hardcore drin? Ja, gewann! Äh, welches? Dass die noch so stark sind? Das Level Mod? Ja, das ist noch drin. Okay. So, und die erste. Ist es da nicht sinnvoll, auch in die zu stellen? Ach nö. So Mäusel. Dann, weiter deines Amtes. Hast du jetzt 20 Minuten Zeit. Du darfst spielen. Warte, wir gehen mal runter. So, dann, mach mal. Wie geht das auch? Oh, jetzt? Und... erreichen wir jetzt erst mal. Ich sehe ein Monster, Fommi! Das fand ich super. Wie geht das? So töten. Na da. Ach so. Ach so. Na guck mal, der brennt schon. Ok. Sag mal auf, die sind stark die Monster. Auziehen, auziehen, auziehen. Sauziehen, auziehen. Ab dem Ende hat er mehr Tod oder welche Zeit. Ich habe acht. Das kann gut sein. Die Klingel hat jetzt schon acht Herzen verloren. Nur weil sie gebrennt hat. Bobby! Okay, ich haule ab. Du musst dir aber vielleicht noch Essen holen. Da geht's auf. Geh mal raus. Genau. Wie geht's auf? Genau. Warte, mach mal. So. Sag. Na dann, guck mal. Ich sehe einfach die Essen. Lalalalalala. Ich sehe immer noch spazieren. Ja, ich habe das Mikro ein bisschen näher an den Mund geholt, damit man zurückhört. Ich sehe spazieren. Damit man sie hört, damit man taucht wird. Dann müsste er mich jetzt mal kurz ein bisschen leiser drehen. Ich finde es gar nicht laut. Ich habe bei Alk halt und normal etwas lauter als durch CO2. Ich habe noch 82 Prozent. Dich habe ich auf 113, weil du so leise bist. Alk ist bei mir auf 118. Hey, wo musst du essen? Die sind mit mir alle auf 100. Hey, wo musst du essen? Der CO2 ist auf 80. Dann such doch mal die anderen zwei, wo die sind. Hey, ich stand jetzt nicht sehen. Guck mal hier in die Kiste rein. Da kannst du dir ein paar Karotten rausnehmen. Warte, das mache ich schnell. Okay. Ich habe es noch nicht wieder abgeerntet. Da sind keine. Ja. Doch, doch. Hier sind überall. In jedem Slot ist ja eine Karotte drin. Ja. Ja. Die da doch eigentlich im Zimmern sind. Jetzt nicht mehr. Jetzt fehlen 18 Stück. Ja, ich habe vergesst, Essen mit ins Inventar zu packen. Hey, ich warte noch. Und? Tutu. Hey. Ich mache jetzt mal ein bisschen. Guck mal da unten durchs Glas. Guck mal hier unten rein. Hey, ich finde euch krass. Hallo. Die hört euch nicht. Die hat keine Kopfhörer aus. Hi. 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 Geht ihr das rein? Da musst du dich umdrehen. Dort, wo die Pfeiltüren sind. Ich auch nicht. Warte mal. Ja, nee. Aber jetzt runter. Hier, bei der Pfeiltür geht es rein. Mach die auf. Genau. Hi. Ich bin dann hängend. Geht es einfach rein ins Wasser. Und laufen. Genau. Da, la, 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 la. Yippie. Ich will es auch fallen. Ui. Die ist happy. Einer hat auch eine Pumotasse gemacht. Obwohl ich immer noch kaum was verstehe. Gerade. Wo hat er sich versteckt? Hm. Ich stehe. Hm. Dreh dich mal um. Hä? Bist du da? Wo hat er sich versteckt? Such mal. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre dich die ganze Zeit bauen. Die Kleine finde ich einfach nicht. Mann. Ich bin schön hinter deinem Brennofen drunter. Ich sehe mal. Wo? Ne. 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 Von Wut nehmen. Den dort in dem. Und die Falltür aufmachen Sie ist derzeit. Zuerst mal auflassen. Da. kommt doch nichts runter das ist eine reizte chaoten folge jetzt muss das aber richtig anstellen so hier die hat selber rausgefunden mit sprinten co2 fahrstuhl benutzt das kann sie noch nicht die brauchst du aber nicht jetzt hast du das schwert weggeschmissen toll das wäre die so schlimme ich wollte ich möchte sie nehmen das ist echt gemein aber es war ein paar karotten dir für den herzen wo ist hier also ich wollte dich nach hauen das sagst du jetzt nimmst du das schwert in die hand die kampf die kampf die kampf bei dem musste aufpassen wenn du den haus da kriegst du selber schaden ich wollte dich ach so ich habe die fonds ist da diese will locker 34 tode in kauf wo ist die so sie sieht ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen ich wollte meinst aber das wäre viel kaputt ja da die treppe hoch naja wie springt man genau ich bin Warte mal, kann man die Sensitivität der Maus runterschrauben? Nein, die Option. Oder an deiner Maus einfach, du hast doch diesen Knopf. Ach stimmt. Warte mal, Meuse. Den haben wir ja beide. Warte mal, die Option geht das gar nicht mehr, oder? So, jetzt ist es nicht mehr so schnell. Umdrehen einmal und da ist das rote Haus. Da ist das rote Haus, da musst du jetzt mal hingehen gucken. Nee, warte, ich würde den... Jetzt bist du schon vorbei an der Tür. Mom! Umdrehen. Warte, ich muss... Ist egal. Lalalala. Hier oben ist die Tür. Ich gehe mal runter, ist hier reingegangen. Wow! Die Kissen sind viele. Hm, das ist ein Mädchenhaus, oder? Na ja. Gar nichts. Was? Zeige mal hier. Aha. Ähm. Ja, sind die. Ich lasse bei dir auch. Oh, willst du dich da verstecken? Im Keller. Okay. Hey, der Keller ist zugebaut. Ich hab doch meinen alten Weg da rein, hab ich die doch schon mal gesagt. Ja, aber wie soll sie von oben den Weg dahin finden? So viele Sachen hat der Darko, hä? Ich muss jetzt eine Kiste machen. Wer ist jemisch? Was? Ja, sag jetzt! Du guckst grad deine Kiste durch. Ah! Hm. Ja, aber was die sagt, verstehe ich, weiß nicht. Ich ohne so wirklich. Mann, komm, hau ab! Ich lasse sie jetzt einfach mal für sie spielen und nuscheln. Ich gucke in deine Kiste. Lalalala. Echt jetzt? Ein Ohrp ist dir bis auf. Ja. Ah! Hi! Was ist? Was ist? Ah, sag jetzt! Legst du sich einfach hin, hä? Ja, ich wollte dir was sagen. Ich haus ihn. Hey! Was ist da? Ich haus ihn. Hey! Was ist da? Was ist da? Hey! Was ist da? Ich kann mich nicht umdrehen. Ich kann nicht umdrehen. Ja! Ich kann nicht. Oh, jetzt hab ich mich grad selber als die kleine Zwimmer gehört in den Kopfhörern. Ich kann... Hey! Ich hab jetzt eine Sperr. Übersteuert. Sie haben jetzt eine Sperr. Jetzt reicht. Ich bin sauer. Du bist sauer? Na dann zeig mal wie sauer du bist. Hinter dir. Was war das gerade? Ich... So viel bin ich sauer. Ah! Wenn ihr wüsstet, was sie grad gezeigt hat. Mit den Fingern oder was? Ja. Ich weiß... 30 Mal ist sie sauer. Ey! Was ist da? Ich muss mir schnell was anderes machen, weil so funktioniert das nicht. Denk immer dran zu essen, Mäuse. Guck mal, die fehlen Herzen. Oh. Wir kommen zu Minecraft. Also Minecraft Unterricht. Du kennst das ja eigentlich von der Playstation her. Doch nicht im Überleben. Doch, die Spiele aus Survival. Doch nicht mit dem Scheiß verzaubern. Hey! Ne, das nicht. Hey, warte! Wollt ihr sie einfach mischen? Ich hab mir extra grad eine Normalen gecraftt. Hey, ich möchte dir was sagen. Ja, hab ich grad auch... Ich hab auch eine Normalen. Essen. Nicht vergessen. Ist das noch was? Ne wahre Breton. Jetzt bist du abgeschossen worden. Mann, warte, Mann. Hey, ich möchte dir was sagen. Weißt du? Ich hab eine Idee. Ja, okay. Das geht nicht. Ja, red. Warte. Und? Nein, 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 nein. 7-8! Au! Nö, fertig. Schlag zurück. Zerfall! Das war eigentlich die Chance, als ich... Komm her! Ich bin sehr sauer! Okay, erst mal. Falscher Aufzug. Oh. Du musst wieder raus. Du kriegst Schaden. Warte mal kurz. Ich will jetzt was essen. Genau, du musst auch erst mal was essen. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Was hast du dir eigentlich für Villager geholt? Titt ist sie länger! Wie viel hat sie? Ganz normale Wies gerade gibt es. Es hat mich verbreitet! Also Farmer und sonstiges. Ja, mir ist auch ein Feuerschwert. Halt! Noch nicht! Nein! Ich habe mich jetzt nur gehört, ich war meiner selbst tot. Es reicht, ich bin ja sauer. Ist nicht so schön. Ich bin ja sauer. So, gehst du das Zeug wiederholen? Ich habe aber auch gerade zugeschlagen. Die kennt den Critical Trick noch nicht. Wie würdest du schlagen, wenn Sian das das Tool ist? Ihr müsst es einfach voll geholt. Ich zeige dir nur, dass es leist sein soll. Ich nehme Tastatur-Maus in die Hand und dann geht es los. Was hast du denn gerade für eine Rüstung gewechselt? Du musst die Kiste unten holen. Fahr mal Fahrstuhl runter. Hier. Zum Glück habe ich meine 17 Level vorher rausgetan. Und drehen, drehen, da ist die Kiste. Auf die klickst du dann drauf. Da? Ja, genau. Und schon hast du wieder alles an. Hey, nein! Warte, man hat es nicht babbeln. Jetzt haust du aber nicht mehr. Guck mal, dir fehlen Herzen. Jetzt hast du noch 10. Hi! Hast du da? Hi, was geht ab? Ja. Ja, da oben. Genau. Warte mal. Was hast du da gemacht? Hat sie schon was abgebaut? Nee. Ich stehe. Ich habe ja gesagt, sie darf alles machen, außer irgendwas kaputt. Ich stehe ja nicht. Da hältst du sie sich hoch dran. Du kannst sie ja ins Labyrinth schicken. Komm mal mit, Meisel. Was ist das Labyrinth? Ich habe mir einen kleinen Spaß, obwohl du nicht da warst. Mach mal auf. Du darfst jetzt mal kleine Spielchen hier spielen, ja? Ja! Folg einfach mal Eik. Ja, dafür musst du mal kurz warten. Die ist eh nicht, die Schätze. Das ist hinter der Mobfarm. Genau. So, jetzt darfst du das Labyrinth machen. Nix kaputt machen. So ein Hackenlabyrinth? Einfach so Standard. Da ist auch eine kleine Belohnung drin. Das ist zur Seite und das S ist rückwärts. Aber CO2 macht sie doch. Du Koch-Tolle und hast du Hacken. Hat sie auch eine kleine Belohnung dann. Von der sie am Ende eigentlich nichts hat. Was? Von der sie am Ende eigentlich nichts hat. Ja. Ja, weil sie freut sich trotzdem. Mhm. Glaube ich jedenfalls mal. Ist das Ziel auf der anderen Seite oder in der Mitte? Das ist sie in der Mitte. Das ist sie in der Mitte. Es gibt vier Eingänge, die alle führen zur Mitte hin. Hä? Ich geh das durch. Ja, wo geht's lang, Mäuse? Such den Weg. Ohne zu duschern. Ohne zu duschern, du Schubel. Das war falsch. Das war falsch. Jetzt bist du wieder draußen. Nein! Ich werde schon weiter. Du warst falsch. Ich hätte halt schon gerne was daraus. Ja komm, lass es mir. Das ist halt echt nicht besonders. Aber wir warten. Ey. Tu sie wieder rein. Na, wo geht's lang? λ Unsere Wochenende. Ich würde den auch gerne voll gewoon machen. Was willst du? Hm. Wir haben ja fürbaustiel sogar noch. Du siehst ja viele kleine Äste. Ich bin gerade der 2 von 4 oder so. Jetzt bist du wieder draußen. War wieder falsch. ich möchte nicht möchtest nicht das machen ja zeigen wenn sie nicht will dann los so und jetzt kommst du da auch wieder raus da gibt es den ausgang kann ihr wasser passieren dass sie genau ich überlasse es hier guck mal das einfach wasser aufgetaucht ich hätte viel später sowieso noch eine idee als eine seite der trichter toll ist dass man von dort dass dann wieder zurück in die kiste leitet das können wir dann drüber quatschen ich muss kann irgendwie kein gott in klaren gedanken fassen ich glaube sie hat gerade ein feld kaputt getreten ich habe ich habe mich nicht geschlagen willst du mal zu den villager fahren ey sie guckt dir da vorne an möchtest du mal zu den villager fahren da lang wo die große spitzhack ist und da unten in das haus rein warte 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 es hat alle verzauberungen und elf attack damage also wir fahren jetzt zum villager dorf als sie uns da einmal kurz gerauft hatten du hast mir auch ordentlich schaden also so ist es nicht das dauert jetzt ein bisschen besser das ist ganz eine schrecke du brauchst die sache jetzt da rausnehmen was für wo dass ich hab das leverant der geschafft darf ich mir die sachen rausnehmen nicht geschafft ich hab's geschafft ich stand bei der kiste ja toll von oben drauf und du hast dir eine wegwahl angeschaut was war denn das für ein monster eine blaze oder würdest du abbauen du bist ein verrücktes mädel weißt du das ich guck dir die steine an du musst dich gleich wieder so rumdrehen denn am ende kommt ja auch so an ich lass sie jetzt erstmal ein bisschen in der nacht sie ist ja eh nur drüben beim villager los du musst da gerade immer geradeaus gucken immer in die richtung jetzt wir sind gleich da jetzt fahren wir ganz kurz fahrstuhl warte mal stehe mal richtig ne da sind die villager ein pinkes bett aber nicht schauen was ist was stimmt da kann sie dir was antun ich habe drei doppelkisten mädel bücher also mich schützt mich aber drei doppelkisten mädel bücher ich habe drei doppelkisten mädel bücher also mich schützt mich aber was drei doppelkisten mädel bücher hast du gesagt man soll sich vorbereiten naja aber brauchst du nicht so viel brauche ich auch nicht aber warum ich weiß nicht wenn ich keine mädel bücher hinter der trader wenn der irgendwann mal weg sein sollte ne der wird nie weg sein ich pass schon auf ich habe ihr gesagt sie darf keine villager holen hast du eigentlich dein haupt equipt einem dach und so gegeben ne auch nicht die wache ne das ist nur das billowschwert wo komm ich raus alter da musst du dich auf den block stellen warte wir machen das mal und jetzt musst du den hier drücken nochmal bis du ganz unten bist so jetzt bist du schon ganz unten ich komme jetzt gerade entgegen mal schauen wir gewinnen so jetzt kannst du unten lang laufen guck mal wer da kommt ich habe dich leider halten sorry ey dass mich wieder tut ist nie ah willst du wieder zurückfahren ja dann musst du jetzt hier unten mit dem mausrad genau da hinsetzen reingehen und den drücken genau tschüssi darko das war nicht der darko der darko ist zu hause ja gut aber woher soll sie es wissen ich heiße ja hier anders ach co2 wenn du netherite werkzeug hast gibt es nur ein kleines problem ich will noches machen wo ist das wasser a dien weil meiner ähm das heißt okay ich will noch einen ähm wirklich lang hanse ich will noch mal an monster sehen ich will noch einen monster sehen guck darko an wirst du schon nacht Nee, nee, die fährt den Tunnel lang und dort ist doch noch der Shopkeeper, die Blaze. Wie will sie sich angucken? Guck mal nach links oder rechts und dann fährt sie wieder weg. Links oder rechts? Ja, die müssen immer nach links oder rechts gucken, je nachdem wo du von ihr aussitzt. Achso, nee, sie guckt schon in die richtige Richtung. Pass mal auf. Was war das? Wird das Skelett? Wird das Skelett? Ja! Hätte es so ein Klinger. So, fahren wir jetzt wieder in Papas Haus. Und dann hören wir erst mal auf, dann ist die Folge zu Ende. Ja. Wenn es nach dir geht, wird es noch eine ganze Stunde weiterspielen. Ich kenn dich doch. Oh, jetzt geht es ja hoch. Ich hab einfach ab und andere. Ich hab auch auf einer Seite. Ey, sie sind jetzt schon bei 27 Minuten. Und nicht eigentlich mal 30 Minuten sind schon passend für die hundertste Folge. Hundertste Folge, 100 Minuten. Oh Gott. Ich hab gehört, ihr macht mit uns den Ender Dragon Fight. Oh. Da hilft selbst ja eine Protection 100 Rüstung nicht. Ne, weil die würde sogar noch ins Volt springen. Das ist nichts. Du hast den Trailer דing wenn es bestimmt nicht probiert. Nutzende, Schaden wäre nicht disso. Das sind ja ganzane Selbsttude, HasselvenORv nato LĄW, auf die Mannschaft子. Was hat sie jetzt gekämpft? Gegen eine Spinne. Das Problem ist nur, sie kann sich nicht umgucken, wegen Creepern. Ja, du musst dich beeilen, denn hier sind Skelette. Ein paar Mal, wo ist dein Haus? Na, hier rum, da ist es doch. Geh einfach rein ins Haus. Das ist egal, Laura. Geh einfach rein, genau. Tür auf und rein. Die geht von alleine zu. Super. So, warte, dann gehen wir hoch und legen uns hin. Ich denke mal, die anderen zwei können auch schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ja. Geht nicht, Monster im Weg. Wow. Nein. Nein, bei mir sind Monster im Weg. Dann stumm ich mich noch mal ganz kurz. Ja, schon vorbei. Hast 28 Minuten gespielt. Papa? Hm. Weißt du? Ja. Ich hab ein... Was hab ich die Haut? Das war der CO2. Ich hab die Haut einfach und sie hab ich die Haut. So. Dann war es das mit der Folge, mit der kleinen Spezialfolge. Warte nach Mund zu. Benimm dich bitte. Das war es mit der kleinen Spezialfolge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und wir werden bestimmt noch mal eine Folge zusammen machen, oder? Gut. Dann. Tschüssi. Wings da auch noch? Na so dass man dich sieht. Fit. Dann listaise. Aber sicher wird das Jahr schon oder gar nicht. Wenn ich nicht dreue. Ich glaub es nicht. Dann schau. Dann rutschstern. Dann schau.